Auf der ersten Bahn der große Favorit, der sechsfache Sportstundenteilnehmer Fabian Otter war. Auf Bahn 2 sehen wir Lokalmatadorin Steffi Süß mit der Erfahrung von zwölf Sportstunden. Kann sie heute den Favoriten schlagen? Gespannt sind wir auch auf Nücomer Ferdinand Janning auf Bahn 3. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Albers täglicher Sportstunde für die Grundschule. Heute zum Thema Olympia. Mit mir ins Rennen gehen heute auf Bahn 1 Fabian und auf Bahn 2 Steffi. Auf Bahn 3 starte ich Ferdi. In dieser olympischen Folge haben wir eine Menge mit euch vor. Wir starten mit einer gemeinsamen Erwärmung, die uns der Partnerverein Basket Dragons Marzahn zur Verfügung gestellt hat. Nach dieser Erwärmung haben wir noch ein Fitnessteil mit Fitnesstrainer Fabian. Was werden wir dort machen? Der wird schön vielseitig und wir machen einen kleinen Zehnkampf hier bei uns zu Hause. Großartig. Dazu haben wir noch Videobeiträge von richtigen Olympiateilnehmern. Da ist zum einen Basketball-Bundestrainer und Allballlegende Henrik Rödel, der über seine Erfahrung bei Olympia berichtet. Und ein Beitrag von Olympiasieger Christoph Harting, der 2016 in Rio die Goldmedaille im Diskuswurf geholt hat für Deutschland. Steffi, damit wir jetzt loslegen können, was brauchen wir heute? Heute brauchen wir gar nicht viel. Wir brauchen ein Handtuch. Wir brauchen unsere Socke oder alternativ eine Klopapierrolle. Das war's auch schon. Großartig. Gut. Wir haben hier schon alles vorbereitet. Wenn ihr zu Hause jetzt noch einen kleinen Moment braucht, die Sachen zu holen, drückt kurz auf Pause, dass ihr dann auch gleich so weit startklar seid. Wir sind bereit? Gut. Dann starten wir jetzt mit dem Warm-Up. Wir haben einen Gastbeitrag von unserem Partnerverein, den Basket Dragons Marzahn, bekommen. Den wollen wir jetzt gemeinsam durchgehen. Das ist quasi was zum Warmwerden. Wir machen hier im Studio fleißig mit. Ihr macht auch gerne zu Hause mit. So viel wissen wir. Wir brauchen dafür ein Handtuch und ein bisschen Platz. Und ich würde sagen, legen wir los. Ah, okay. Danke, Steffi. Und herzlich willkommen in Marzahn bei den Basket Dragons. Mein Name ist Jannis. Und gemeinsam mit den Dragons wollen wir euch heute auf eine olympische Fitnessreise nehmen. Das heißt, wir haben uns fünf olympische Disziplinen rausgesucht. Und zu jeder Disziplin wollen wir mit euch heute eine Fitnessübung machen. Und da wir uns heute auf dem Ahrensfelder Berg befinden, im Hintergrund seht ihr das Drachenland, Marzahn-Hellersdorf. Was kommt einem da zuerst in den Sinn? Na klar, Skifahren. Und wir fangen an mit Skilanglauf. Das ist die erste Übung. Nehmt euer Handtuch, das ihr heute brauchen werdet. Legt es in einer Flucht aus. Schön gerade, eng. Und dann wollen wir uns auf dem äußeren Bein einbeinig abstellen. In eine tiefe Skiläuferposition. Und springen einbeinig in einem weiten Sprung auf die andere Seite. Landen einbeinig und halten die Balance. Wir sind tief im Knie, um den Stoß abzufangen. Das Ganze wieder einbeinig zurück. Und davon machen wir zehn Stück. Zwei. Halten. Drei. Vier. Und versucht, wenn ihr euch traut, die Sprünge immer weiter zu machen. Schön die Balance abfedern. Und noch zwei. Eins. Zwei. Zwei. Jetzt muss man das Ganze mit den anderen Beinen auch noch machen. Zwei. 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 rechts bitte. Auf geht's. Sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. In dem Sinne würde ich sagen, wollen wir ins Tal, weitermachen und ich gebe das Handtuch weiter ab vorn. Das ging doch schon mal gut los. Hey, ich bin Ronny. Wir sind hier an der Trachenhöhle, der Heimstelle der Dragons, einer Gretl-Bergmann-Gemeinschaftsschule. Diese wurde benannt nach der jüdischen Hochspringerin. Und dazu wollen wir heute ein paar Übungen machen. Wir gehen in den Ausfallschritt und spannen das Handtuch schön für unsere Brust, aber weiter auseinanderziehen und dann, wenn wir nach oben springen, geht das Handtuch mit nach oben. Wir machen zehn Stück pro Seite. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. Und jetzt Bein wechseln. Jetzt geht's weiter. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Boah, das war anstrengend. Und jetzt geht's weiter. Bravo. Wie viel haben wir? Hi, ich bin Sophie. Wir sind gerade in den Gärten der Welt am Wuhle-Teich. Und da wir schon mal im Wasser sind, machen wir jetzt ein bisschen Wassersport. Die nächste Disziplin ist nämlich Rudern. Ihr nehmt euch euer, also euer Handtuch, rollt es ein, sie sitzen. Vorne noch, okay. Setzt euch hin auf euren Po, spannt ihr an, genauso wie euren Bauch. Die Beine sind während der ganzen Übung in der Luft, die kommen nicht auf den Boden. Das Handtuch streckt ihr nach vorne, eure Arme sind auch die ganze Zeit ausgestreckt und zieht es straff. Los geht's. 20 Rüderschläge insgesamt. Ah, sie meint wohl eher Kanu fahren, aber ist ja kein Problem. Ist auch olympisch. Genau. Neun, zehn. Steffi, du darfst die Füße wieder hochnehmen. Füße hochnehmen? Das sind 10er mehr. Kann ich dich gar nicht korrigieren hier. Neun, zehn, neun, zwanzig. Gut gemacht. Jetzt geht's weiter zur nächsten Disziplin. Hi, ich bin Anna und wir befinden uns hier an der Marzahner Mühle. Wir machen jetzt folgende olympische Disziplin, das Gewicht heben. Dazu nehmt ihr euer Handtuch, haltet es schön straff. Ich zeig's mal von der Seite. Geht schön tief in die Knie ungefähr, dass hier ein 90 Grad Winkel entsteht. Wichtig ist, die Knie dürfen nicht über eure Zehenspitzen hinausragen. Na, geraden Rücken lassen, das Gewicht unten halten. Jetzt in der ersten Phase nach oben ziehen und in der zweiten Phase nach oben stemmen. Dabei gehen wir bis in die Zehenspitzen und halten dort zwei Sekunden. Danach wieder nach unten. Das Gewicht in zwei Phasen. Prima. Das Ganze machen wir jetzt 15 Mal. Okay. Kommt, wir machen es gemeinsam. Los geht's. Eins. Zwei. Und weiter geht's. Prima. Fünf. Und fünf geschafft. Sehr gut. Weiter so. Und zehn. Prima. Fünf. Noch mehr. Naja, ich war mit bei 10, weil ich schon was aus. Zwei. Und der letzte. Sehr gut, habt ihr super gemacht. Jetzt geht's weiter zur nächsten Übung. Hi, ich bin Max. Ich befinde mich hier an der breitesten Stelle der Wuhle, die durch ganz Marz. Herrersdorf fließt. Ich nehme mich heute mit zu unserer letzten olympischen Disziplin, dem Schwimmen. Dafür legen wir uns auf den Bauch. Heben unsere Arme und unsere Beine in die Luft. Spannen unseren Po an. Haben das Handtuch in einer Hand. Und kraulen jetzt mit einem Arm. Versuchen einen großen Radius in unserer Schulter zu haben. Davon machen wir jetzt insgesamt 20 Wiederholungen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sehr gut. Weiter so. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Hälfte ist geschafft. Elf. Zwölf. Po anspannen. Drei. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Yes. Sehr gut gemacht. Puh. Anschlag. Habt ihr euch alle super gemacht. Vielen Dank für euren Einsatz. Dafür habt ihr euch alle die olympische Goldmedaille verdient bei unserer olympischen Fitnessreise. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Damit gebe ich es zurück in die Mercedes-Benz-Arene. Stark. Sehr gut. Guter Beitrag. Ja. Also bei mir geht schon ordentlich die Pumpe jetzt. Ja. Ich bin gut warm. Wir haben aber uns nur die halbe Medaille verdient eigentlich. Bei unserem hauseigener Zehnkampf kommt der später. Das stimmt. Aber jetzt sind wir zumindest gut vorbereitet und erwärmt. Und wir haben schon ein paar Disziplinen kennengelernt. So. Das war es erstmal mit dem Warm-Up. Wir sind schon gut erwärmt. Ich hoffe, das seid ihr auch, wenn ihr ordentlich mitgemacht habt. Auf jeden Fall. Wir machen jetzt weiter mit einem Videobeitrag von unserem Basketball-Bundestrainer und Alba-Legende Henrik Rödel. Er wird interviewt von seinem Sohn Elias, der auch hier bei Alba in der U19 in der NBWL spielt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Hallo, liebe Zuschauer von Alba's täglicher Sportstunde. Ich bin der Henrik Rödel und das ist mein Sohn Elias. Auch von mir hallo. Ich stelle meinem Vater jetzt mal ein paar Fragen. Du hast ja damals bei den Olympischen Spielen einer der wenigen Teilnahmen einer deutschen Mannschaft erlebt. Wie war das für dich? Hast du es als etwas Besonderes erlebt? Ja, natürlich war das etwas ganz Besonderes. Jeder ist aufgewachsen und sieht diese Olympiaden. Für mich war es etwas Besonderes, weil ein Offenbacher, da bin ich geboren, ein gebürtiger Offenbacher, 84 und 88 mehrere Goldmedaillen im Schwimmen gewann, der auch zu demselben Verein ging, den ich damals gegangen bin, zum ersten Offenbacher Schwimmclub und der hieß Michael Groß. Sein Spitzname, der Albatross. Passt natürlich sehr gut auch für den heutigen Tag. Manchmal ist es ein bisschen schwierig einzuordnen in die Olympiade und auch diese Teilnahme mit den anderen Dingen, die ich so erleben durfte. Aber es ist einfach eine sportübergreifende Geschichte. Die Eröffnungsfeier, die Abschiedsfeier, ganz ganz besondere Momente. Die ganze Welt kommt zusammen, Sportler kommen zusammen. Das war schon etwas, was für mich einen ganz ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Alles klar. Nächste Frage. Ein besonderes Highlight muss ja das Spiel gegen das Dream Team gewesen sein. Was hast du davon noch in Erinnerung und wie ordnest du dieses Spiel heute ein? Also wir haben oder ich habe in meiner Wohnung ja eigentlich nur ein Bild aus meiner sportlichen, aktiven Zeit. Und da ist der Michael Jordan drauf und ich zusammen mit ihm. Das war etwas ganz Besonderes. Das Dream Team zum ersten Mal die NBA-Profis bei einer Olympiade dabei und ich durfte auch da sein. Ich war zu der Zeit 1992 selber Schüler bei der Universität von North Carolina, derselben Universität, an der auch Michael Jordan damals studiert und gespielt hat. Dementsprechend war es etwas ganz Besonderes gegen ihn zu spielen und hatte sogar auch nach dem Spiel die Möglichkeit kurz mit ihm ein paar Worte zu wechseln. Über das Ergebnis wollen wir jetzt erstmal kurz nicht reden, aber wir waren 2 zu 0 in Führung. Wie gesagt, ein ganz ganz besonderer Tag in meinem Leben. Nun hast du die Chance auch als Trainer zur Olympiade zu kommen. Ist es für dich ein besonderer Ansporn, das nun auch deine Mannschaft erleben zu lassen? Ja, die Teilnahme an der Olympiade ist natürlich auch heute noch etwas ganz ganz Besonderes. Man spürt auch bei unseren Spielern immer wieder, dass es etwas Besonderes ist, sich dafür qualifizieren zu wollen. Die Motivation an der Olympiade teilzunehmen ist ganz ganz besonders. Und natürlich wäre es auch etwas ganz Besonderes, dass ich als Trainer wieder zur Olympiade kommen könnte. Die Aussicht darauf, wieder in einem Olympischen Dorf zu sein, bei einer Öffnungsfeier dabei zu sein. Ja, also das wäre ein ganz ganz großer Moment für mich. Danke fürs Zuhören. Hier Henrik und Elias. Toll, was ihr da macht. Wir unterstützen das und sind stolz auf euch. Danke. So, stay safe. Vielen Dank an Elias für das Interview und vielen Dank an Henrik für die Schilderung dieser tollen Erfahrungen bei Olympia. Jetzt gibt es in diesem Jahr leider keine Olympischen Spiele in Tokio, sondern die wird es erst im nächsten Jahr dann geben. Wir werden jetzt aber hier im Studio gemeinsam einen Olympischen Zehnkampf nachstellen. Und den machen wir mit Fabian. Fabian, was machen wir? Fertig. Ich habe richtig Lust, jetzt sportlich mich zu betätigen. Gerade nach der Story von Henrik. Wir holen uns Olympia quasi in die Kabine und bringen es zu euch nach Hause in das Wohnzimmer. Und geplant ist ein wilder Zehnkampf. Okay, nicht ein Zehnkampf, wie man es wirklich von Olympia kennt, sondern wir haben die Übungen ein bisschen ausgetauscht, sind noch facettenreicher geworden. Das heißt, es ist eine schöne Anordnung von Übungen, die echt Spaß machen. Und wenn ihr alles gut durchzieht, dann bekommt ihr, genauso wie ihr beide, am Ende die imaginäre Goldmedaille übergehangen. Also macht schön mit und gebt euer Bestes. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles und natürlich das Beste geben. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr braucht euer Handtuch. Check, check. Ihr braucht euer Handtuch und eine Socke. Beziehungsweise, wenn ihr so cool seid wie Steffi, dann habt ihr auch eine Klopapierrolle in der Hand. Sehr gut. Nehmt das Handtuch, legt das auf den Boden. Das ist euer eigener Swimmingpool sozusagen. Und ihr legt euch auf den Rücken. Unsere erste Disziplin heute, 50 Meter Rücken schwimmen. Ihr legt euch auf den Rücken, die Beine gehen gleich auf und ab, die Hände sind hinterm Kopf und ihr zählt immer nur ein Arm. Und dieser Arm soll 50 Wiederholungen machen. Also es sind insgesamt 100, aber es sind 50 Meter Schwimmen. Ihr weht euch einen Arm aus und dann geht es so schnell wie es geht durch den Swimmingpool. Okay? Achtung, Startschuss. Ready? Hälfte bei mir. 20. Schön lang machen beim Abschlag und... Yes! 40. Fertig geht unter. Ich hatte nur ein 25 Meter Becken zum Üben. Aber ich habe vorhin gesehen, das Vorwärtskraulen ist eher deine Disziplin. Ich komme ja auch mit Schlägen. Sehr, sehr gut. Bravös gemacht. Schnappt euch eure Socke, baut den Swimmingpool auf, lasst das Wasser ab. Wir gehen nämlich jetzt ins Stadion und haben unseren Speer bzw. irgendwas, was man schmeißen könnte. Wenn ihr zu Hause das Ding gleich loslassen wollt, dann wählt euch was aus, was nicht kaputt gehen kann. Zum Beispiel direkt vor die Wand gegenhauen und wir halten das Ganze einfach fest, sodass wir es besser vormachen können. Wir wollen den Speer werfen. Dafür habt ihr den Arm hinten schön lang. Die Socke liegt locker auf der Hand. Ihr macht einen Schritt nach vorne. Dabei geht ihr mit dem Arm so weit nach hinten, wie es geht, Richtung Fuß. Dann kommt ihr nach oben, macht so einen Schritt nach vorne raus und tut, als würdet ihr den Speer werfen. Okay? Wir nehmen an, wir haben die Qualifikation geschafft. Das heißt, wir machen insgesamt sechs Wiederholungen. Okay? Das rechts und links, das ist ein bisschen anders. Aber so, dass beide Seiten gut gedehnt werden und koordinativ ein bisschen arbeiten können. Okay? Sechs Sperrwürfe pro Seite. Let's go! Arm schön lang machen, Schritt nach vorne, nach unten und dann den Speer nach vorne loslassen. Sehr gut. Gut, fertig. Arm wieder lang machen, schön nach unten, Schritt nach vorne und durchziehen. Stell dir vor, wie du das Ganze auf 100 Meter jetzt wirst. Wusch! Sehr gut. Jawohl. Gut, fertig. Lass den Arm möglichst lang, schön stretchen und dann ziehst du dein Ellbogen zuerst nach vorne und dann lässt du den Speer los. Durchgang Nummer vier, bestweite. Sehr gut. Hervorragend. Lass uns noch zwei pro Seite machen. Oder auf dieser Seite. Dann auf die andere. Schön. Hervorragend. Nochmal Konzentration für den letzten Versuch. Schön lang machen, Schritt nach vorne eindrehen und den Speer hinterher gucken. Gut. Ich habe gemerkt, vielleicht braucht ihr noch ein bisschen mehr Power. Ihr kennt, die Sportler schreien auch manchmal den Speer schön in die Weite. Ich möchte hier jetzt was hören. Landen auf dem Bauch manchmal. Ja, manchmal auch das. Das können wir hier gleich sehen. Wahrscheinlich, okay. Wahrscheinlich. Geheime Taktik. Sehr gut. Arm wieder schön lang machen, Schritt nach vorne, geht nach hinten, zieht den Ellbogen nach vorne und schmeißt das Ganze. Der andere Hand jetzt auf einmal gar nicht mehr so einfach, ne? Ja, 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 ja. Ich habe mich auch gerade schön auf rechts noch mal vorbereitet. Das ist ja Quatsch. Deswegen machen wir das. Wo war dein Schrei? Okay, let's go. Schritt nach hinten. Schön lang machen, Ellbogen nach vorne und schmeißen. Der war ganz schön weit fertig. Sehr, sehr gut. Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen flüssiger dann mal machen, wenn ihr euch sicher fühlt. Hinten. Und schön weit werfen. Gut. Gut. Sehr gut. Kommen noch zwei. Und zack. Und letzte. Stretch. Sehr gut. Sperr wieder sicher verstauen. Wir kommen zu einer Power Disziplin. Und ich weiß, dass du sehr viel über Olympia weißt. Die nächste Disziplin ist der Standweitsprung. Oh ja. War das mal olympisch? Ja. Und zwar 1900 bis 1912. Also nicht lange, aber immerhin. Wir holen wieder alte Disziplinen raus. Das Ganze geht so. Ihr steht hinter einer imaginären Linie, holt Schwung und springt und müsst landen. Okay? Und dann würdet ihr, wenn ihr das Ganze als Competition vielleicht gegen jemanden machen möchtet zu Hause, springt ihr nach vorne und ihr messt ab den Zehenspitzen und dort, wo ihr landet, mit der Ferse. Okay? Wir machen fünf Sprünge. Schön Schwung holen. Wupp. Ferdi, du wartest wieder auf mich. Oder drehst dich um. Hervorragend. Und. Let's go. Schön nach vorne springen. Sauber landen. Gut. Wieder Power holen. So. Schöner Sprung. Wirklich? Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Drei haben wir, ne? Fünf wollen wir? Fünf wollen wir. Okay. Okay, jetzt sind wir schön warm und jetzt werden die richtig lang. Let's go. Gut. Deine Landung wird immer besser, Steffi. Yes. Letzter Sprung. Alles raushauen. Go. Gut. Hervorragend. Auch schön zu Hause. Ich hoffe, ihr habt richtig weite Sprünge gemacht. Die Nachbarn freuen sich. Was sagt man? Die Nachbarn drunter freuen sich. Ja, die freuen sich. Aber die gucken auch zu und machen auch mit. Genau. So sieht's nämlich aus. Okay. Lass uns mal wieder diese Socke in den Kreis legen bei uns. Wir strecken uns nämlich eine kleine Laufbahn ab. Ah, okay. Mach's so, dass wir auf diesem Logo noch laufen können. Genau. Perfekt. Und wir laufen in diese Richtung, also gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Im olympischen Kabinengehen. Okay. Ihr kennt die Regeln. Beim Aufsetzen soll das Bein gestreckt sein. Und es muss immer ein Fuß auf dem Boden sein. Okay. Also ihr könnt nicht sprinten und beide Beine sind in der Luft. Sondern es muss immer ein Bein auf dem Boden sein. Und wir versuchen mal, schöne Runden zu gehen. Okay. Wir machen zehn Runden. Okay. Richtig schnell. Ihr zu Hause habt auch ein Parcours gebaut. Startschuss. Drei, zwei, eins. Hey. Hey. Ferdi, bisschen schneller. Einmal hier. Ich mach technisch direkt. Ihr seid die im Schummel. Ich muss auch Abstand halten. Ich weiß. Auf geht Ferdi. Das sichert mir die Bronze-Medaille. Richtig in die Kurve legen. Wuhu. Let's go Ferdi. Ich würde sagen, let's go Steffi mittlerweile. Verfolgungsjahrt hier. Das wäre doch auch mal gut. Team gehen. Ich hoffe einfach nur. 50 Kilometer Team gehen. Hoffe ich, dass jemand die Runden gezählt hat. Ja, ja. Ich glaube, wir sind so bei neun. Zehn weiter. Ihr könnt natürlich zu Hause weiterlaufen. Letzte Runde. Wenn ihr an eurer Socke seid, dann ist vorbei. Hervorragend. Dreht sich ein bisschen. Ich würde euch empfehlen, zu Hause das Ganze einmal dann auch in die andere Richtung zu machen. Wenn ihr einen schönen Kurs habt, lauft den noch weiter. Drückt kurz auf Pause. Wir sind mit dieser Disziplin fertig. Sehr gut. Streckmarkierung aufheben. Und euch schon mal ein bisschen Kreide in die Hände packen. Wir kommen nämlich zum Kugelstoßen. Okay, aber du brauchst deine Kugel. Ah, okay. Streckmarkierung ist jetzt Kugel geworden. Und auch hier gilt wieder. Wir schmeißen die Sachen nicht. Wenn ihr sie zu Hause stoßen möchtet. Wir schmeißen sowieso nicht. Wir stoßen. Wenn ihr sie zu Hause stoßen möchtet, dann wählt etwas, was safe ist. Okay? Wir nehmen die Gleittechnik und gehen einfach mal drei Wiederholungen pro Seite durch. Okay? Gleittechnik deutet auf einem Bein das Ganze haben. Okay, Kugel ist am Hals dran. Ihr macht einen kleinen Sprung mit diesem Standbein nach hinten. Und dann stoßt ihr euch gegen den imaginären Ring nach vorne und stoßt die Kugel schön weit weg. Okay? Erstmal angleiten. Standbein, Standbein drehen. Standbein, Standbein drehen. Yes! Wow! Bleibt auf einer Seite und dann wechseln wir nach der dritten Wiederholung. Gut. Nehmt den Ellbogen schön hoch beim Halten, dass das ein schöner Stoß wird. Ah, jetzt bin ich übertreten, ne? Ja, ungültig. Einen noch. Sehr gut. Seitenwechsel. Umdenken wieder. Umdenken. Das ist sehr koordinativ schwierig. Standbein, Standbein, das andere Bein wechseln. Standbein, Standbein. Ah, auch übertreten. Jetzt müssen zwei Hülse gehen. Let's go. Einen habe ich noch. Gut gerettet. Sicherheitswurf. Gehen richtig weit. Ne, ne, richtig weit. Risiko. Patz. Sehr gut. Kugeln weg. Wir wechseln vom Zementkreis wieder auf die Bahn zum Hürdenlaufen. Okay? Das Hürdenlaufen ist bei uns jetzt vor allem eine koordinative und so eine Beweglichkeitssache. Ihr steht auf einem Bein, nehmt das Bein richtig hoch, macht eine Bewegung nach hinten und wieder nach vorne. Perfekt. Als würde man über die Hürden steigen. Und stellt euch mal vor, dass ihr über die Hürden geht und dreht euch richtig weit nach hinten auf und nehmt vielleicht den Oberkörper nach vorne runter, sodass ihr richtig schnell über die Hürden kommt. gut. Und das Ganze für fünf Mal nach hinten und fünf Mal nach vorne auf ein Bein, dann das andere Bein. Okay. Wupp. Das Standbein bleibt gestreckt und wenn ihr euch beugen wollt, dann ist das nur oben in der Hüfte. Okay. Jetzt drehe mich mal hier, dass ihr das sehen könnt. Gerne schön nach vorne beugen, das Bein richtig gut mitnehmen. Wupp. Nach vorne. Balance halten, ganz wichtig. Ja. Drei. Standbein ist gestreckt. Gut. Vier. Okay. Die eingerosteten Basketballer. Okay, danke. Danke. Fünf, fünf. Gut. Jetzt anderes Bein. Standbein bleibt stabil. Ihr findet den Fokus. Wupp. Hüfte aufdrehen. Hüfte nach vorne. Am besten auch so, dass ihr nicht mal den Fuß, den Standfuß bewegen müsst. Und dann, wenn ihr euch sicher fühlt, dann spielt noch ein bisschen mit dem Oberkörper, so dass ihr die Hüfte richtig hoch nehmen könnt. Boah. Wuppa. Gleichgewicht, ne? Yeah. Das ist Rotation. Eine noch. Top. Hoch. Guck. Rückwärts rüber. Vorwärts rüber. Sehr gut. Hürdenlaufen sehr technisch. Ja, das ist ja nicht nur nach vorne sprinten. Apropos sprinten. Wie wäre es, wenn wir mal ein 100 Meter Wettrennen machen? Da ziehe ich euch ab hier. Sehr gut. Aber diesmal nicht im Kreis, okay? Das ist die Langstrecke draußen. Ihr kommt alle in die imaginäre Startposition, okay? Die sieht diesmal ein bisschen anders aus, nämlich gestreckt. Aber ihr kommt gleich nach oben. Und dann beim Startschuss machen wir Mountain Climbers. Das kennt ihr vielleicht aus den verschiedenen anderen Sendungen schon. Auf jeden Fall seid ihr in der Position. Und dann nehmt ihr die Knie nach vorne und rennt um euer Leben. Also wir müssen nicht die ganze Zeit auf den Fingern halten? Nein, nein. Das ist nur für den Start vorbereiten. Dann kommt ihr hoch und dann geht's los. Okay, aber einmal diesen schönen Griff haben, wo man fest auf den Fingern sein muss für den Start. Okay? Aber ich nehme ja wie im Zehnkampf meinen Vorsprung aus den ganzen anderen Übungen hier mit rein. Das heißt, ich starte später, ja? Dein Rückstand, korrekt. Sehr gut. Startschuss und wir machen 25 Wiederholungen pro Bein. Pro Bein? Ja, das ist schneller Sprint. Aber außen nicht. Okay, bereit? Ready? Set? 10. 20. Die letzten Meter. Brust nach vorne. Zielfoto. 5. Sehr gut. Dein Vorsprung hat gereicht. Wir sind alle auf dem selben Platz jetzt. Sehr, sehr schön. Kurz aufstehen, bisschen durchatmen, ausschütteln. Anziehen. Anziehen. Wir haben noch drei Übungen. Wir gehen schnell in die Fechthalle. Kleidung, Schutzkleidung an, Maske an. In den Fechtstand gehen. Vorbereiten. Und dann machen wir mal fünf Bewegungen nach vorne. Wieder zurück. Das schnell auf einem Bein, dann Seiten wechseln, andere. Okay? Schnell fechten. Let's go. Hupp. Hupp. Ein. Hei. Drei. Drei. Vier. Wupp. Fünf. Zurückkommen. Seitenwechsel. Sprung nach vorne. Attack. Sehr gut. Gegen uns würde ich nicht fechten wollen. Bin ich ehrlich. Und letzte. Wow. Yes. Sehr gut. Zehn Treffer. Zehnmal die grüne Lampe. Hervorragend, Team. The Return of the Handtuch. Die Wiederkehr des Handtuchs. Jawohl. Vorletzte. Wir fahren mit dem Bus wieder ans Wasser. Ihr macht euer Paddel bereit. Oder eure Paddel. Und am Anfang haben wir ein bisschen Kanu gehabt. Genau. Jetzt kommen wir zum richtigen Rudern. Okay? Das ist ein sehr breites Ruderboot gerade. Also wir versuchen mal schön gleichmäßig zu arbeiten. Okay? Warte. Zehn Anschläge. Wir sind hier. Wir fangen vorne an. Und die erste Bewegung ist Zug ran. Okay? Achtung. Vorne starten. Vorne starten. Und go. Dabei strecken die Beine. Genau. Beine schön strecken. Schön heranziehen. Du gibst das Tempo vor. Steffi. Wir halten uns an dich weg. Fertig kommst du mit. Du musst Gnade zeigen. Drei. Sieben. Sehr gut. Acht. Neun. Und zehn. Und zehn. Jawohl. Perfekt. Super. Okay. Letzte Disziplin. Es sei so viel gesagt. Jetzt braucht ihr keine Power mehr. Jetzt kommen wir nämlich zur Kür. Und ich möchte, dass ihr mit eurem Handtuch einen kleinen Schwebebalken bastelt. Okay? Macht das so breit, wie ihr braucht, um noch ein bisschen Koordination drauf und Stabilität haben zu können. Ja. Wenn sich das Ganze gleich dreht, seid nicht irritiert. Okay? Ist natürlich kein echter Schwebebalken. Aber ihr könnt auf diesen Schwebebalken alles machen, was euch einfällt. Okay? Natürlich erstmal nach vorne laufen ist ganz gut. Ihr könntet auf dieser Position mal eine Standwaage machen. Okay? Die muss natürlich schön aussehen. Und dann habt ihr so 30, 45 Sekunden Zeit, verschiedene Elemente zu machen. Ihr könnt auch mal versuchen, so einen Drehsprung zu machen. Woop! Eine Standwaage, andere Standwaage. Also 30 Sekunden Freestyle auf dem Schwebebalken. Wie wäre das mit dem Galoppsprung, den wir noch von früher kennen oder irgend sowas? Oder? Hocke? Oh, Hocke und Drehen. Mein Schwebebalken. Du hast magische Kräfte. Oder den Sharesprung. Sharesprung, sehr gut. Ja, den gibt's noch. Was gibt's noch? Ein. Ferdi, Radabgang. Ja, wir müssen jetzt den Abgang machen. Oh ne. Einen schönen Abgang machen. Denkt euch was aus. Also vom Schwebebalken runter in eine schöne Landung. Und let's go. Hui! Tja! Schwebebalken Ronaldo. So ist es. Steffi, Abgang. Oh ja. Sehr gut. Okay. Ich fand, wir haben das schön geschmeidig gemacht, auch Ferdi. Ich hoffe, ihr habt zu Hause eine Menge Spaß und wart jetzt kreativ. Das war unser Zehnkampf und ihr habt so gut mitgemacht. Lasst mich mal über Distanz die Ehrengold-Medaille überreichen. Und auch für euch zu Hause. Wupp! Wir sind alle quasi Olympiasieger. Ja. Zuhause Olympiasieger. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Steffi, was kommt jetzt? Natürlich geht es auch in unserem heutigen Beitrag zum Schulstoff um Olympia. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Viel Spaß! Die Olympischen Spiele. Heute erklären wir euch etwas über die Spiele im antiken Griechenland, aus denen die Olympischen Spiele entstanden sind. Ganz genau weiß man nicht, wie die Spiele entstanden. Manche Forscher vermuten, dass die antiken Spiele für Rea, die Mutter des Gottes Zeus, stattfanden. Sicher ist, dass die Spiele die griechischen Götter ehren sollten. Damals wie heute fanden die Olympischen Spiele alle vier Jahre im Sommer statt. In Olympia auf der Halbinsel Peloponnes. Die Gründer waren laut griechischen Mythen Herakles, der Sohn des Zeus, und der irdischen Alkmene oder auch Pelops, Sohn des phrygischen Königs Tantalos. Die Spiele fanden nicht nur als sportlicher Wettkampf statt. Es kamen viele Vertreter aus dem ganzen Land. Man konnte viele Neuigkeiten erfahren und auch verbreiten. Die Spiele waren eine Art Volksfest. Die Olympischen Spiele der Antike wurden von 776 v. Chr. bis 393 n. Chr. ausgetragen. Die ersten Spiele der Antiken sollen aber schon 4000 Jahre alt sein. Bei den ersten Spielen traten die Sportler nur im Stadionlauf an und der Wettkampf dauerte nur einen Tag. Der Sieger durfte das Feuer vor dem Zeus-Tempel entfachen und bekam einen Olivenkranz. Das war eine große Ehre. Später anstand ein Fünfkampf. Die Sportarten waren der Stadionlauf, Weitsprung, Sperrwerfen, Diskuswerfen und Ringkampf. Die Olympischen Spiele der Neuzeit finden seit 1896 alle vier Jahre statt als Olympische Sommerspiele. Seit 1924 finden immer zwei Jahre nach den Sommerspielen auch die Winterspiele statt. Das Internationale Olympische Komitee aus etwa 100 Personen richtet die Spiele aus. Bei den Spielen treten Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt gegeneinander an und vertreten ihr Land. Bei den nächsten Sommerspielen in Tokio werden Sportler in 33 Sportarten an den Start gehen. Dabei werden in insgesamt 339 Wettbewerben Medaillen vergeben. Zum Beispiel in Leichtathletik, Schwimmen, Turnen und in neuen Sportarten wie Skateboarden und Sportklettern. Die Winterspiele bestehen aus sieben Sportarten und 108 Wettbewerben. Dazu gehören Biathlon, Skialpin, Skispringen, Eisschnelllaufen und Popfahren. Noch immer werden neue Sportarten in die Olympischen Spiele aufgenommen und Regeln erweitert entwickelt. Aber ihren Ursprung haben die Spiele im Antiken Griechenland. Von der Theorie kommen wir nun in die Praxis und da geht es heute beim Move des Tages auch um eine olympische Disziplin und zwar dem Diskuswerfen. Dafür hat uns der Olympiasieger Christoph Harting ein Video zugeschickt und das wollen wir uns mal anschauen. Hi Kids, ich bin Chris, Olympiasieger, Leichtathletik, Diskuswerfen und ich wurde gebeten euch mal zu zeigen, wie ihr zu Hause so ein bisschen Werfen üben könnt. Deswegen versuchen wir jetzt mit einem geknoteten Handtuch über die Tür zu werfen. Okay, so, drehen und dann pfff, davor. Oh, gucken wir nochmal in Zeitlupe. Flomo. Wir werden es nochmal sehen. Also mit dem Rücken zum Ziel drehen. Ausholen. Eine halbe Drehung, eine ganze Drehung und jetzt Bäm nach vorn. Okay. Okay, ich würde sagen, das probieren wir gleich mal. Wir brauchen einen kleinen Knoten, ne? Genau, einen kleinen Knoten, damit es sich auch besser werfen lässt. Ein bisschen Mischung aus Hammerwurf und Diskuswerfen. Genau, ich probiere das ruhig mal aus. Vielleicht machen wir hier am besten so einen kleinen Ring. Oh, ja guck mal, ich habe hier noch mein Handtuch. Ich glaube, dass Ferdi sonst übertritt, soll ja ein fairer Wettkampf sein, korrekt? So, dann zeig mal Ferdi. So, ich starte mit dem Rücken zum Ziel. Genau. Selbst mit rechts, also drehe ich mich über links. Ja, anderthalb Drehungen, Schwung holen. Wow. Probiert das ruhig mal aus zu Hause. Wenn ihr das Handtuch werft, nicht irgendwo gegen irgendwelche Gegenstände, sondern schaut wirklich, dass die Wand frei ist. Hier kann nichts kaputt gehen, oder? Genau. Okay. Zieh durch. Oh, das schaut gut aus. Go Ferdi. Nächster Versuch. Drehen. Mit dem Schwung nach vorne. Ferdi, ich glaube, es kann doch etwas kaputt gehen. Passt auf. Wir machen daraus gleich unsere Challenge. Wie bei Olympia haben wir jetzt drei Versuche, um ein Ziel zu treffen. Wir nehmen hier unser Fach über Nils. Ihr zu Hause könnt euch gerne auch irgendein Ziel aussuchen. Na, ne Schrank mal nicht, aber zum Beispiel euren Wächtenschrank, wenn ihr ihn aufmacht, da kann nichts kaputt gehen. Und dann, wie gesagt, drei Versuche. Ziel ist es zu treffen. Probiert euch mal. Das sind quasi die drei letzten Versuche. Und natürlich muss man auch beim Diskus den richtigen Punkt treffen, damit es möglichst weit fliegt und man kann nicht irgendwo hinwerfen. Genau. Puh. Okay. Aber jetzt schon, jetzt musst du ins Fach. Ja. Aber ich brauche, jetzt ist eher Genauigkeit gesagt. Oh, sehr gut. Aber, ne, wenn man das genau nehmen würde, dürftest du nicht übertreten. Das war noch nicht gelandet. Ja. Aber es war schon echt gut. Ich habe mir das bei Ferdi abgeguckt. Das ist super unfair jetzt eigentlich. Hast ja noch zwei Versuche. Ferdi, übertritt mal. Oh. Ah. Muss er liegen bleiben? Ja, das muss er. Aber der war drinnen. Darf ich übertreten? Nee, der muss liegen bleiben. Das ist so ein grünes Fähnchen, das ich dann loslaufen kann. So. Vielleicht kann ich die Zuschauer hier noch ein bisschen animieren. Oh ja, wie im Stadion. Komm. Ja. Sehr fair von euch. Sehr fair von euch. Oh, yes. Oh ja. Warte, hinten raus. Und Diskus einsam. Sehr gut. Sehr gut. Hopp. Bravo. Passt. An der Tür ist eigentlich im Fach, ne? Okay. Der erste war dann besser. 1-1. Letzter Durchgang. Okay. Wie ein Profi machst du den auch sofort ungültig dann. Das ist auch ungültig. So, fertig. Letzter. Okay. I got this. Oh, yes. Starkes Ding. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Harting Bruder es gibt, aber du bist wahrscheinlich einer davon. Der unbekannte Harting. Der unbekannte Harting. Bravo. Sehr gut. Probiert ihr das auch gerne aus. Macht es nach. Wie gesagt, sucht euch ein Ziel, wo ihr nichts kaputt machen könnt und wenn ihr es schafft, von diesen drei Versuchen einmal zu treffen, das reicht, dann teilt uns das gerne mit in die Kommentare und hinterlasst dort ein Emoji mit einer Goldmedaille. Großartig. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Dragons Marzahn für das Einsenden des Warm-Ups, bei Henrik Rödel für sein Interview und bei Christoph Harting für seinen Clip. Wir sehen uns am Montag wieder mit einer Sondersendung zum Thema Volleyball mit den BR-Volleys und wünschen euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.